Tausend Menschen, tausend Wege, eine Straße Tausend Menschen blicken nach links, blicken nach rechts, manche nach unten Kein Blick trifft sich Anonymität der Großstadt Ein großes Nebenanstalten miteinander Indirekte Kommunikation Neue fremde Füße finden in die Stadt Sollen sich integrieren In eine Gesellschaft, welche sich selbst nicht kennt? Vertrautheit schafft die beste Integration Vertrautheit kommt da, wo Anonymität geht Im Miteinander Begegnen, befreunden, beisammensein Abseits der Straße, ohne isolierende Gummischicht unter den Füßen Entschleunigen, besinnen Gemeinsam, barfuß um den Bodensee Hallo Leute, wir sind Fenja und Julia Und wir wollen zusammen barfuß um den Bodensee laufen Vom 2. bis zum 18. August Die komplette Strecke, weil wir die Erfahrung machen möchten, wie es ist mit so barfüßigen Barfüßen So eine lange Strecke zu laufen Und um das Ganze mit einem Sinn zu verbinden, haben wir uns gedacht, dass wir Spenden sammeln Für Flüchtlinge Die Idee ist von einer Art Benefitlauf Und zwar zum Beispiel, also ist nur ein Beispiel, dass jemand sagt Okay, cool, coole Aktion, barfuß um den Bodensee Wir spenden euch pro Kilometer 1 Euro oder so Und das Ganze geht dann an das Diakonische Werk in Radovzell Für die Flüchtlingshilfe, Flüchtlingsarbeit Und für Exilio Exilio e.V. Mit der Kulturbrücke Lindau Genau, das ist ein Ort der Begegnung Und des Austausches und so Wo allerhand Leute von überall her und von hier und von anderen Planeten Sich treffen können und austauschen Das ist sehr schön Dafür suchen wir Leute, die mitlaufen wollen Wir wollen, dass unsere Heimat zu der Heimat wird für all jene, die keine Heimat mehr haben Auch wenn wir nicht so ganz nach Mainstream aussehen Würden wir uns trotzdem über viele Mitläufer freuen Egal ob eine Teilstrecken oder auch über Sponsoren Die sagen, dass sie pro Mensch, der einen Kilometer mitläuft, so und so viel spenden Das wäre richtig cool, weil dann kriegt das Ganze nochmal so einen besonderen Kicken Und besonderen Reiz, dass mehr Leute mitlaufen Oder? Ja Außerdem freuen wir uns über jeden, der so lieb und nett ist Zwei fein jungen Damen einen Gute-Nacht-Platz anzubieten Einen Gute-Nacht-Platz Es kann auch ein Hunderkorb sein Oder eine nette, weiche Straßenkante Ein Bordstein oder so Bankvorraum Das wäre echt cool, weil wir haben eh schon so viel Gepäck Und wenn uns da jemand aufnehmen könnte, immer in jeder Station Das findet ihr auch auf unserer Website Dann wäre das schon ziemlich cool Hallo Leute Wir wollen, dass unsere Heimat auch für all diejenigen Heimat wird, die keine Heimat mehr haben Und vielleicht, vielleicht auch nicht Sogar ein Teilweg der Flucht barfuß gelaufen sind Und zwar barfuß an dem Bodensee Wir wollen mit unserem Benefizlauf die Flüchtlinge unterstützen Die in Radoff-Zell, Konchanz und rund um dem Bodensee-Dau aufgenommen wurden Und aufgenommen sind Und dieses Geld soll an das Diakonische Werk in Radoff-Zell gehen Und exige wir Frauen mit der Kulturbrücke in Lindau Und das war schön Das war schön